Musik Wir starten heute mit einem Fußballmatch. Es ist nicht Ausbilder gegen das Lehrling, sondern sie haben das gemischt, wie es auch im Alltag ist. Sie schaffen miteinander. Das ist ziemlich ausgeglichen. Jetzt hoffe ich, dass es dann bei Verteilung im Lehrlingsleistungswettbewerb und der Zwischenprüfung auch so gute Ergebnisse gibt. Wir freuen uns mit euch, dass ihr eure Prüfungen hinter euch gebracht habt. Prüfungen, auf die ihr euch lange vorbereitet habt, wo ihr viel gelernt habt, wo ihr mit euren Ausbildern zusammen darauf hin trainiert habt. Wir freuen uns ganz besonders, dass auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gute, ausgezeichnete Leistungen mit dabei waren. Ich habe den ersten Platz gemacht im Beruf Stahlbautechnik. Es ist ein super Gefühl, wenn man Landessieger wird. Gratulation an alle Lehrlinge, die da mitgemacht haben. Die sind wirklich top Motiviert. Sie haben das umgesetzt, was wir in der Firma 2 gesagt haben. Im Lehrlingsleistungswettbewerb haben wir zwei zweite Plätze gemacht und den ersten Platz. Da sind wir sehr stolz drauf. Ich bin ganz stolz auf meine Jungs und Mordler, dass sie das gemacht haben. Die Leistungen waren heuer sehr ansprechend. Wir haben bei den Universalschweißer hohe Prozentzahlen erreicht und den ersten und den zweiten Platz erreicht. Ein Lehrling hat leider nicht bestanden. Auch das gibt es in großen Firmen, dass das passiert. Es zeigt, dass man auch in großen Firmen immer dranbleiben muss und sich nicht so klären darf. Und auch so die Lehrlinge sehen, dass sie dafür etwas leisten müssen, um so eine Prüfung zu bestehen. Da sieht man einfach, wie die Leistungen sind, wie die Leistungen sich unterschiedlich innerhalb der Betriebe sind. Ich habe im Großen und Ganzen schon viel gelernt, wenn wir ihn ausbilden und er hat uns richtig viel geholfen. Man kann das alles für die Zukunft brauchen, mal unter Zeitdruck schaffen. Ich finde, das ist eine super Vorbereitung für später.